Hallo und herzlich Willkommen zum 1 Euro Format. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, egal. Jedenfalls habe ich diverse Spiele geschossen für 1 Euro auf den üblichen Handelsplattformen. Unter anderem war dabei Mario Super Circuit. Wir werden ungefähr 20 Minuten reinspielen in jedes Spiel. Und ja, wie ist denn die Story von Mario Kart? L-Taste, sein sei von Item, stockt auch zufällige Auswahl nachdem du dein Item aufgenommen hast. L-Taste, Mini-Sprung, A-Knopf, Beschleunigen, Auswahl bestätigen, B-Knopf, Bremse, Abbau, Steuerkurse, Lenken, Kurse, Selekt ist die Hupe. Super Zirkus. So, dann schauen wir mal, wie der Mario Kart Super Zirkus ist. Super Zirkus. Mario Kart. Super Zirkus. 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 Oh je, Ferriertraktor. Kann man hier driften? Ich bin Mode 7 Strecken gar nicht mehr gewöhnt. Alter, ist die Kurvenlage von Wario grauselig. Au! Daaaah. Really? Pauzoa. Na ja, immerhin nicht achte. Morgens sieht aber seltsam aus. Ich bin gespannt, ob ich mir das Handling noch halbwegs gewöhne. Wow, die bewegen sich. Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wow. Das war nach hinten gedrückt aber okay. Ne, plopp. Schönes Detail. Auf der Wii spielen zu müssen. Stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde der Teil gerade gar nicht so schlimm wie der Wii-Teil. Den Wii-Teil fand ich wesentlich schlimmer. Weil da irgendwie das Rubber-Bending so strange war. Riverside Park. Schalüder. Wow. Turbofile. Böser Turbofile. Ach du Scheiße, das ist wieder so eine Strecke, die ist für mich die absolute Hölle. Okay, Triffverhalten hier ist. Boah, da komme ich gar nicht mit klar. Ja. Der gerade Asshole gesagt. Boah. Alter, ernsthaft, ich bin fucking geschrumpft worden und dann dübelt mich Bowser übern Haufen. Boah. Unfair. Boo. Ah. Das ist nicht euer Ernst. Sag mal, was geht denn hier ab? Warum immer in der letzten Runde? Oh boy. Bowser's Castle, yay. Okay, das war wesentlich zu früh. Wo Rocks one playtor. Wo Rocks two playtor 윤. Wo Rocks do toy. No, Burro one has fallen by 2. Wo Rocks one playtor angle. Untertitelung des ZDF, 2020 Mistvieh Ha, war ja immer in der letzten Runde, der beste war jedenfalls nach dem Spiel, ja Oh, haben wir es jetzt noch auf Platz 1 geschafft? Ja Ha, 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 ha Ha, ha, ha Persönlich Rival zum Beispiel, dass Falken hat, Goroth und Black Shadow hat Falken Weißt du? 173 Brettile geschlaft Okay Wir haben noch einen Cup Den Falauacup. Okay, das lief doch gerade nicht mal so ganz schlecht. Leck mich. Yeah, Blue Shell. Fuck, 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 fuck. Ja, so langsam gefühlt man sich dran. Mode 7 ist immer noch so ein bisschen Knäuel im Hirn. Immer so das heutige Fahrverhalten, dass die Kiste auch mal so ein bisschen Dynamik hat und nicht in der Mitte des Bildes festgedübelt ist. Oh je. Oh je. Das ist so eine tolle Strecke, wo der Rand wegbricht. Da freue ich mich ja drauf. Die Strecke war ich schon immer richtig kacke. So, boing. Boing. Ja genau, da erwische ich nämlich genau die Ecke, die ich vorher schon herausgedübelt habe. Ja genau, da erwische ich nämlich genau die Ecke, die ich vorher schon herausgedübelt habe. Ja genau, da erwische ich mich. und die k gerade arsch gerettet da der bauser der drecksack schön abgegriffen landen lernen wir noch du mich auch hier schieße lehnt Ein Level, wo die Steuerung alles macht, nur nicht das, was man gerne möchte. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich dachte, ich hätte ein Bild. Das war's. Ach schon, wenn wir noch weiter fliegen, dann landen wir out of bounds. Du merkst gar nicht, dass man langsamer wird, wenn man zu cheesy unterwegs ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erwischt habe. Wie auf Eis, MK8 Deluxe habe ich nicht. Ich habe nur das normale für die Wii. Wenn das nicht billiger wird, kaufe ich mir das auch nicht nach. Bau das Castle 2. Oh Gott, das ist horrible. Aber die Platten da drüber hat. Oh Gott. Ernsthaft? Oh Gott, in Bau das Castle war ich ja eigentlich mal ganz gut unterwegs. Aber die Strecke ist gerade echt grauselig. Boah, es ist so assig, dass du hier einfach mal nicht drüberjumpen kannst. So eine richtige Spielerfalle, die Schweinepriester. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Kein Plätzchen. Auf nem Treppchen. na komm einmal probieren wir noch wir sehen uns beim nächsten Mal oh gott so rutschen der halbwegs funktionieren würde aber nein so 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 wenigstens ist ja immer noch viertel dass sowas werden kann sondern ich bedenke bei meet for speed underground oder so müll muss erster werden was kommst du nicht weiter und denkst du so 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 now so 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 Mario Kart, ja, ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle und wenn es euch gefallen, dann könnt ihr euch gerne ein Abo dalassen, ein Däumchen wäre ein Träumchen und könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen, wie euch der Mario Kart Teil gefallen hat. Haut rein!